Ach hallo, Sie sind schon da. Fünf Minuten vor Abflug holt Ihr Pilot hier an der Tür ab. Ich nehme mir einen Kaffee und dann erzähle ich in der Zwischenzeit etwas über den Flugsimulator Berlin mit der altbewährten Boeing 737 und unserem Neuzugang, der kleinwändigen Beachcraft Baron. Mein Name ist Julian Meyer. Noch einmal herzlich willkommen. Ich bin einer der Berufspiloten hier im Flugsimulator Berlin. Bis Ihr Pilot Sie an der Tür in Empfang nimmt, zeige ich Ihnen ein paar Highlights von unserem Flugsimulator Berlin und unserem spektakulären Neuzugang. Anfangen möchte ich mit ein paar tollen Eindrücken von unserer Boeing 737-800 NG. Kommen Sie einfach mal mit. Nehmen Sie Platz neben Ihrem Piloten in unserer Boeing 737-800 und starten durch. Ihre Begleitperson kann unmittelbar dahinter sitzen und genauso wie Sie den technischen Anweisungen des Piloten folgen und auch die fantastische Aussicht aus dem Cockpit genießen. Sie können sich natürlich auch mit Ihrer Begleitperson abwechseln. Jeder kann bei uns Pilot sein. Sie haben die Auswahl aus über 20.000 Flughäfen weltweit. Sprechen Sie mit Ihrem Piloten im Briefing ab, wohin Ihre Traumreise heute gehen soll. Fliegen Sie bei Sonnenschein nach Dubai oder landen Sie im Schneesturm in Innsbruck? Oder fliegen Sie doch einmal zu Ihrem letzten Urlaubsziel? Hallo, ich mache mal kurz den Autopiloten an und dann habe ich einen kleinen Moment Zeit und kann Ihnen noch ein bisschen was über Ihren Flugzimmerhaut erzählen. Kleinen Moment. Autopilot engaged. Der Flugzimmerhauter Berlin mit seiner großen Boeing 737-800 und Flight Deck 24 mit seiner kleinen, agilen Beechcraft Baron bietet Ihnen jeweils unterschiedliche Pakete und ein einzigartiges Flugerlebnis. Bis der Pilot Sie hier in fünf Minuten vor Abflug persönlich in Empfang nimmt, zeige ich Ihnen einmal die vielfältigen Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten. Starten möchte ich mit den spannenden Produkten rund um die Boeing 737-800. Im Flugzimmerhauter Berlin können Sie je nach gebuchtem Tarif von Starts und Landungen, ausgedehnten Streckenflügen bis hin zum Rundflug zum Beispiel über New York mit der Skyline von Manhattan alles erleben. Nach dem Check-In werden alle Fluggäste von uns mit einem Getränk nach Wahl, zum Beispiel ein Tomatensaft mit Salz und Pfeffer, einer Nervennahrung oder einem kleinen Snack, je nach gebuchtem Tarif, verwöhnt. Alle angehenden Piloten werden im Briefing auf Ihren Flug vorbereitet. Bei uns können Sie auch feiern! Wir machen das Event zu einem ganz persönlichen Erlebnis. Zum Beispiel Ihr Firmen-Event, der nächste Kindergeburtstag, einen Junggesellenabschied oder die Weihnachtsfeier mit Buffet nach Wahl. Oder einfach nur ofenwarme Schokomuffins. Wenn Sie mehr Informationen zu unseren Tickets, den Actionpaketen oder unseren Events haben wollen oder auch unsere Crew sehen möchten, besuchen Sie uns auf der Webseite unter www.flugsimulator-berlin.de Hallo zurück, mein Name ist Marco und ich bin einer der Piloten hier im Flugsimulator Berlin und bei Flytec24. Wir zeigen Ihnen nicht nur den Flugsimulator Berlin mit unserem großen Boeing, sondern jetzt auch Flytec24 und unseren neuesten Zugang. Die kleine, wendige Beachcraft, mit der Sie besonders tief über die faszinierendsten Landschaften der Welt fliegen können. Schauen Sie zu, bis die Piloten Sie fünf Minuten vor Abflug persönlich an der Tür abholen. Warum ich gerne am Flightdeck fliege? Jeder Pilot fängt in so einem Flugzeug seine Ausbildung an. Als weiteren fliegen wir teilweise sehr tief und schaffen es jeden Flugplatz oder Flughafen anzufliegen. Während man heutzutage im Airbus nur noch auf Knöpfe drückt und der Flieger sehr träge reagiert, müssen wir hier in unserer Beachcraft noch richtig arbeiten. Und genau das wünschen sich Piloten, oder? Nicht nur unsere Piloten sind begeistert, unsere gesamte Crew hat sich in die Beachcraft verliebt. Sie genießt die fliegerische Performance und die niedrigen Flüge über die schönsten Plätze der Welt. Landen können Sie mit so einer Beachcraft natürlich so gut wie überall auf der Welt. Die kleinste Piste reicht aus und wird so zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Mit der Flightdeck-Crew können Sie natürlich auch feiern. Wir nehmen Sie mit an Bord und machen Ihr Event zu etwas ganz Besonderem. Rufen Sie uns einfach an und wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihre Veranstaltung. Besuchen Sie uns unter www.flightdeck24.de und informieren Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten. Gleich ist es soweit. Sicherlich wird die Maschine nur noch neu betankt, der Tomatensaft kühl gestellt oder der Bordverkauf vorbereitet. Fünf Minuten vor Abflug holt Sie die Crew hier draußen persönlich ab. Nach Ihrem Flug haben Sie die Möglichkeit, Ihren persönlichen Rabattgutschein für eine neue Buchung vom Piloten geben zu lassen. Wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie doch mal wieder und heben ab zu Ihren neuen Traumzielen. Für alle Kinder unter Euch viel Spaß beim Geburtstag feiern. Und wenn Ihr eine tolle Zeit hier hattet, dann fragt doch mal nach nach unseren Flightcamps in den Berliner Schulferien. Wenn Ihr jetzt noch Zeit habt bis zum Abflug, dann besucht uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Always happy landings and blue skies.